Musik Ich wusste, dass du mich noch liebst, Nora. Du sollst mich nicht nur an Nora nennen. Warum nicht? Du bist Nora Wülsen, das Mädchen zu lieben. Das ich immer geliebt habe. Bruce. Hm? Vergiss diesen Namen, ich bitte dich. Ich bin Yvonne Duval, auch für dich. Nora Wülsen gibt es nicht mehr. Okay. Du bist Yvonne, meine Yvonne. Wann wirst du mich deiner Mutter vorstellen? Bald. Du hast es mir versprochen. Du musst weg, man darf dich hier nicht sehen. Wer ist da? Geri, ich muss Ihnen dringend etwas sagen. Einen Augenblick bitte. Ich muss mir nur etwas anziehen. Das ist dieser verdammte Schnüffler. Der darf dich hier schon gar nicht sehen. Komm hier. Ja, ja, einen Moment. Sie sind allein? Sie sind allein? Das sehen Sie ja. Ich habe aber zwei Stimmen gehört. Sie haben sich mit deinem Mann unterhalten. Sie werden doch Ihren Besuch nicht meinetwegen über die Feuerleiter gejagt haben. Nun, was haben Sie mir Dringendes zu sagen? Ihnen habe ich gar nichts zu sagen. Aber mit Nora Wülsen hätte ich gern gesprochen. Was meinst du, Snoggy? Ob das die Nora Wülsen ist, die ein längeres Gastspiel in Südamerika gegeben hat? Nora Wülsen! Nora Wülsen! Nora Wülsen! Raus! Wäre es nicht besser für Sie, wir würden uns darüber unterhalten? Raus! Oh, Ditty! Wäre es nicht besser für Sie? Mache es nicht besser für Sie, wir würden unsquiera übernommen. Wäre es nicht besser für Sie? Wäre es nicht besser für Sie? Ich bin eher für Sie? Ja, dasst bueno. Sommer Wülsen nicht besser für Sie. Was Aye war für Sie? Hallo, Spektor! Was kann ich für Sie tun? Ist Erik schon im Haus? Der kommt frühestens in einer Stunde. Dann werde ich auf ihn warten. Wo ist seine Garderobe? Nummer 26. Noch eine Frage. Wo sind die Messer von Rubiro? Da, direkt hinter Ihnen. 1911. Ist was? Na, na, na. 10. 30. della Musik Jolt! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik